Der Rückenmuskel, unsere Wirbelsäule, muss stabilisiert werden von unseren Rücken- und Bauchmuskeln. Es ist gar nicht so leicht. Du bleibst ganz symmetrisch, auch wenn du wahrnehmen wirst, dass dieser Zug ein bisschen einseitig ist. Wir machen nachher natürlich die zweite Seite. Solltest du merken, du schaffst es nicht hier hoch zu kommen, mit der Nummer 3, das Bonusrunden 8x7, dann nimm die Nummer 2.